Hallo Internet, hallo YouTube, zurück bei Skyrim. DELDASKROLL Und wir sind... Irgendwann irgendwo. Irgendwann irgendwo nicht, wir sind in die Drachenbrücke, glaube ich, als letztes gewesen. Schau mal zu den vier Schilden rein. Ich weiß jetzt gar nicht um den letzten paar Darin waren schon. Wo erfahre ich mal über Magie? Ihr könntet auch mit dem Lieblingszauberer des Jahres in Einsamkeit reden. Es heißt, es gäbe in Rifthorn jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Nein. Ich ehrlich bin nicht. Ein bisschen Hohl da, innen, in dieser... Ähm... Hier drin gerade gewesen. Ich finde, das kriegst du von Rifthorn. Nein, das suchen wir nicht. Was war unser Weg? Morda, glaube ich, unser Weg. Ich glaube, wir gehen nach Einsamkeit. So war das. Obwohl es eigentlich mehr damit idiotisch ist, gerade nach Einsamkeit zu gehen. Das war etwas nicht so gut. Ich denke, es ist nicht so gut. Ich denke, es ist nicht so gut. Ich denke, wir gehen nach Einsamkeit. Erst nach Einsamkeit gehen, dass es doch am Weg liegt. Wir suchen Informationen. Wir glauben, dass sie sich in Weißlauf versteckt, aber wir suchen überall nach ihr, um ganz sicher zu sein. Wir brauchen etwas. Dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Sie hat die Narbe nicht. Ja. Jetzt bin wir mitreden. So, da geht es nach Einsamkeit, wo es dahingeht, weiß ich. Wir gehen auf jeden Fall nach Einsamkeit. Das war der Plan, bleibt der Plan. Vielmehr geht nicht die HotQuest weiter. Ganz einfach. Weil manchmal so Kleinigkeiten wie hier, solche Dinge zum Beispiel wegfahren würden, solche kleine Spaziergänge in die ganzen Städte. Oder wir würden sie machen, würden uns um jede Ecke mal einen Drachen kümmern müssen. Auch lustig, hat was. Solche Drachen... Äh... Äh, na, Knochen sind nicht schlecht, da kann man zumindest Sachen am Ende machen, aber da müssen wir mal in der Schmiede weiterkommen. Und da ist Einsamkeit. Gott, da geht es noch. Wir machen Einsamkeit, haben wir gesagt. Da vorne ist nämlich schon Einsamkeit. Da müssen wir einfach nur die Entdeckung machen. Schaut doch komisch aus, oder? Servus. Ganz runter zum... Stellen und überall hin. Katlershof. Ich bin ein Abenteuer, Youtube. Mach das gerne, ja. So... ...der kann es nicht wichtig. Sehr wichtig. Später für die... ...Quests und so ist das wichtig, dann haben wir zumindest noch mal... Ähm... ...mich halt von schnellreisen. Das geht es an mich. Gott, da hinten brauche ich jetzt gar nicht gehen. Das hört sich jetzt gar nicht aus. Ich drücke mich hier. Nein, da hat die Taste. Vielleicht eine Überlegung, wir doch zum Umlinken die Taste mal. Weiß nicht. Mal anschauen. Mal anschauen. Wie süß. So, Einsamkeit. Willkommen. Wenn ihr nach... Ihr kommt gerade rechtzeitig... Das ist der arme Tropf, der hingerichtet wird. Eine Torwache, die Ulfric Sturmmantel aus der Stadt entkommen ließ, nachdem er den Großkönig ermordet hatte. Das ist das ein Wunsch. Genau. So, ich habe ein Wunsch. Und warum das hier? Das ist das ein Wunsch. Im Moment. Das ist das ein Wunsch. Aber wir haben uns hier auch noch nicht entdeckt. Die Wege von Himmelsrand führen zu vielen Gefahren. Na schön, aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schuhe nicht nur mich. Schussknack ist es nicht wichtig. Na verdrückt. Einen Blick daraus. Schauen wir mal kurz mal was wir zum Verkaufen hätten für ihn. Kann er haben, Eisendach ist man wurscht voll zack. Kann er auch haben, theoretisch. Zweißen Schwetter braucht man sicher nichts an Langpunkt weniger macht auch nichts aus. Der Halt auch kann auch haben. Nein. Das Gefühl muss gar besser. Das hier. 10. 10. Das geben wir auch hier. Den geben wir auch hier. 1. 1. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 27 8. 9. 10. äh, verfolgt das F F, F so, verkehrt kann man auch so umlegen so, gefällt mir das schon besser und weiter gehts so, gefällt es mir einfach besser wie gesagt das haben wir entdeckt jetzt haben wir es mal kurz dann kann ich es auch gehen ich fühle dich ein Servus Servus so alle Wege führen nach oben jetzt in diesem Fall führen alle Wege hierher Kachit Kachit kein Kachit jetzt wollen wir einen kurzen Überblick müssen und hier ist die YouTube nehmen wir gleich mal dann mit dass es gleich in der Nähe ist er ist einfach in der Nähe lassen wir es mal dann mit ein bisschen übersichtlicher ist es dann auch regnet gut so in die richtige Richtung ja, schauen wir nach das ist jetzt los dauer schleichen cool jetzt sollte der Shift hast du nicht fixieren das klient Lager Buch nicht mit man könnte es verkaufen man könnte es verkaufen das ist ja da sind wir das töten ein ein One-Hit-Wander ein One-Hitter sehr schön was ist da passiert Totenverderben ich schreie nicht mal mit was das sein soll liegt am Weg Dreh Dreh immer gut und das Dreh ab Hallo 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 was bist du? Der Lehrlingstein das muss ich jetzt nicht haben die Wahl besteht weiterhin Mutter links Gott Mutter links direkt einschlagen das ist die 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 Angriff ist die beste Verteidigung so Festung Schneefalk entdeckt nicht nicht bin ich zum kämpfen ja war ich nie werde ich nie so interessanterweise von dem ich finde ich kann schon viel Blödsinn jetzt möchte ich sagen ok alles wird gut sprachenstab sprachenstab alter Schmäh des Tages oder willkommen in Mogertal gut den Mordern haben wir entdeckt das haben wir jetzt nicht weitersuchen beim Mordern das haben wir jetzt entdeckt das ist die nächste Frage wie gehen wir weiter vor Dämmer stellen will ich jetzt nicht obwohl Dämmer stellen wir auf dem Weg Dämmer stellen wir auf dem Weg wenn wir schon Dämmer stellen sind wollen wir natürlich dann auch gleich weiter nach Winterfest das ist halt jetzt alles doof Servus Ärger oder so? Immer Ich bin auf der Suche nach Ärger sogar Nehmen wir kurz den Decker da hinten mit weiter ein bisschen Decker und freudig heute mal kurz ins Menü rein gehen für den automatischen Speicher Was ist hier passiert? Toten Vampiren oder was? Toten Vampiren oder was? Ich weiß nicht Ja Ja Ich hab natürlich reingegangen wo ich reingegangen will Meine Gute warum bin ich auch reingegangen jetzt? Egal Tatsächlich reingegangen Tatsächlich reingegangen will ich noch nicht das nebenbei machen Müsst nicht sein Sie wartet eigentlich alle auf Genau sowas Dass ich wo reingehe Aber nein ich will noch gar nicht Sie will eigentlich an meine Decken gehen Ich will eigentlich an meine Decken gehen Das ist die nächste Frage Welchen Weg gehen wir? Nein jetzt grad Wir gehen jetzt Richtung Irgendwohin Weg gehen wohin müssen wir hier runter wieder Ich glaub wir könnten aber den Weg hier gehen über die Halle der Wachsamkeit Und so zurück nach Flusswald Da müssen wir eigentlich über Weißlauf gehen Vor allem tut man den Weg natürlich nicht Vor allem tut man den Weg natürlich nicht Vor allem tut man den Weg natürlich nicht Dafür ist hier schicht du nix Ich könnte ja auch die Schnellreise nach Weißlauf äh Flusswald nehmen Okay sonst kommt entdeckt Okay Mich schon irgendwie gewundert wenn nichts wäre Perfekt Okay Perfekt Perfektli Verkastli Perfektli 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 Perfektli